Jo Leute, willkommen zurück bei XCOM 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Abruptes Ende in der letzten Folge. Wir sind jetzt hier wieder auf der Avenger und wir haben natürlich hier den einen neuen Soldaten uns jetzt verdient. In Anführungszeichen, der ist sogar direkt wieder fit. Ist ein Spezialist und... Die Frisur, geil. Oh man, Kampfintelligenz über Durchschnitt. Hat vier Fähigkeitspunkte. Okay. Wir befördern den natürlich direkt mal. Künstler, aber außer dem Autopiloten meldet sich niemand freiwillig. So, ich hau mal Gefechtsprotokoll rein. Okay, unser vierter Spezialist ist das dann quasi. Und wir konnten gar nichts hacken in der letzten Runde. Leider, schade. Waffenverbesserung und persönliche Kampfdinger haben wir sogar auch noch. Boah, guck dir das mal an, ey. Ich brauche ganz dringend die Krankenstation. Ich meine, wir haben einen Trupp, der einsatzfähig wäre. Ems und Lisa zum Beispiel sind nur noch einen Tag müde. Hier unten, die Ausbildung zum Grenadier von Xanaron läuft auch nicht mehr so lange. Elena ist in drei Tagen wieder fit. Steffi ist in vier Tagen wieder fit. Boah, ey. Verdeckte Aktion. Krass, ich habe eigentlich so viele Soldaten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie überhaupt nicht vorankomme. Ich brauche Ingenieure. Das steht auch auf jeden Fall fest. Wenn das Energierelay endlich mal fertig ist, kann ich auch was Neues wieder in die Avenger reinzimmern. Oder reinzimmern lassen. Avenger Energie. Oh, was? Nicht jetzt. Oh Mann. Das wäre natürlich auch super. Avenger Energie. Aber ein Ingenieur ist erstmal wichtiger, meine ich. Würde ich sagen. Mein Glaube an die Ältesten überwindet alle möglichen Zweifel durch diese Niederlage auf dem Schlachtfeld. Okay, wir scannen hier weiter. Äh, okay. Nein. Was jetzt? Avatar-Projekt oder was, ne? Einfach so mal eben ein Ding rauf. Ja, alles klar. Alles klar. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, wird den beeilen. Kann ich's machen hier. So, Xanaron. Sehr gut. Damit haben wir jetzt noch einen weiteren Grenadier in unseren Rhein. Dann, das Energierelay ist fertig. Sehr gut. Neuer Personalplatz verfügbar. Ähm, Einrichtung ansehen. So, wir haben erstmal plus drei. Schick, oder? Ich find's schick. So, hier könnten wir Ingenieure reinpacken. Oder eine Verbesserung kaufen, um die Energie noch weiter zu erhöhen. Wie teuer ist diese Verbesserung? Achso. Kann ich gar nicht, oder was? Fügt dem Energierelay eine zusätzliche Arbeitsplätze hinzu und dort einen zusätzlichen Ingenieurunternehmen. Äh, okay. Krieg ich wahrscheinlich nicht einfach so, ne? Verbessern wir die Energieleitung. Es bringt mir so auch schon zwei. Kann das? Ja gut, würde mir aber persönlich jetzt nichts bringen. Wenn ich zwei oben drauf bekomme, weil die meisten Gebäude brauchen halt drei. Äh, ja. Hier. Hier müsste theoretisch auch nochmal irgendwie ein Energierelay hin, ne? Wieso kann ich eigentlich diese Krankenstation nicht bauen? Fehlt mir dann noch irgendwas? Diese Alien-Biotechnologie oder so? Ich weiß es nicht. Werkstatt würde hier nicht so viel bringen. Finde ich. Wie gesagt, mit den Angrenzenden. Normalerweise sollte man es immer hier irgendwo hinbauen. Haben wir jetzt aber nicht. Ähm. Schalt deinen zusätzlichen Platz für XCOM frei, um Widerstandsbefehle zu zählen. Dafür würde es sich tatsächlich lohnen. Wir schauen mal, wie viele Credits wir am Ende des Monats noch haben, damit wir das machen können. Da würde sich das lohnen. Wenn ich hier das Addon hole, zwei Energie für 80, dann könnte ich die direkt hier reinballern. Kostet uns aber 180 dann insgesamt. Da sollte ich ein Labor bauen. Jedes Labor hat die Chance, einen Forschungsdurchbruch zu. Ansonsten Kommunikationszentrale wäre wichtig. Wir bringen uns nochmal Cash in the Tash. Ein Labor ist aber auch nicht schlecht. Außerdem könnten wir schneller forschen. 150. Ist auch teuer, ey. Aber wir haben so viele Wissenschaftler, das wäre Verschwendung. Ey, was soll ich machen? So dass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Okay. Ja, kann ich nichts machen. Ich brauche mehr Ingenieure, das weiß ich auch. Musst du mir nicht sagen. Gib mir noch drei Tage Zeit. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen. Okay. Das ist fertig. Das heißt, wir können jetzt die Magnetkanone, das Gaussgewehr und Temnotikgewehr. Ah, das ist bestimmt für den Schnitter, ne? Äh, bla bla bla. Versteht ihr irgendwo? Vektorgewehr. Ja, ja. Passt. So, das Gaussgewehr und die Magnetkanone. Und verbesserte Kanonen. Kommander, wir haben einen erstaunlichen Durchbruch erreicht. Wir müssen sofort beginnen, die Technologie verbesserte Kanonen zu erforschen. Oh, okay. Ähm, durch einen schweren Laufquerschnitt für unsere Kanonen konnten wir die Stabilität erhöhen und den Schaden um einsteigern. Oh, ich muss die aber auch erforschen bald. Machen wir. Fünf Tage. Schaden ist immer gut. Sehr nett von dir. Okay, komm schon. Jetzt Ingenieur. Zack. Sehr gut. Ach, Alien-Trümmer sind sogar auch weg. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Ja, hier noch ein Energie... Ich möchte hier gerne Energie-Relay hinbauen. Obwohl theoretisch... Ach, das ist so ärgerlich. Ich muss eigentlich... Ich muss hier eine Werkstatt hin. Ich könnte natürlich dort unten auch noch ein Energie-Relay hinpacken. Das würde plus 10 geben, meine ich. Okay, dann wäre... Räumen wir das jetzt erstmal weg. Zack. Und danach das und das. Okay. Aber hier brauchen wir jetzt schon... Da brauchen wir eigentlich schon wieder noch mehr Ingenieure, ne? Okay, räum du mal frei. Der eine soll hier mal eben beschleunigen. Wie, was? Ach, der ist noch nicht da. Ah, Sekunde. Ich muss noch eine Millisekunde, glaube ich, scannen, damit ich dann den Ingenieur bekomme. So, zack. Dankeschön. Okay. Ähm. Kommander, Widerspruch. Ja, ja, Schwarzmack, ich weiß. Da ist er. So. Passt. Direkt einsetzen. Der kann die Zeit, die es braucht, bis das Labor fertig ist, verkürzen. Um 50%. Das ist super. Kommander, unsere einzige Option ist, sie zuerst zu finden. Dafür müssen wir mit dem Widerstand an einer verdeckten Aktion im Ring arbeiten. Ja, 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 ich weiß. Lass mich mal hier. Ja, ich brauch noch die Lieferung. Die Vorräte. Und die Energie. Ah, Energie ist auch geil. Die Sachen können halt weggehen. Ich glaub, die können nicht weggehen. Ich hol mir mal eben Energie. Wenn wir Credits brauchen, können wir schnell da oben hinfliegen. So, acht Tage. Vorratslieferung ist ja bald schon wieder. Boah, wie die Zeit verfliegt. Neue Guerriereinsätze. Okay. Okay, okay. Wachsamkeit erhöht den Erkennungsbereich aller Feinde. Das ist nicht so wichtig. So, dann hätten wir hier. Bei allen verdeckten Aktionen besteht ein Risiko für Gefangenheit. Das ist uncool. Und hier... Einige Adventssoldaten. Nach Mitblutung. Hier würden wir 186 Vorräte bekommen. Wir haben aktuell eigentlich recht viele Vorräte, finde ich. Hier einen weiteren Wissenschaftler. Und hier... einen Ranger. Einen Ranger brauch ich eigentlich aber auch nicht. Schwierigkeit ist leicht. Warum noch einen Ranger holen? Risiko für Gefangennahme. Wir wissen halt nicht, wie hoch die Chance ist und so weiter. Normalerweise... Ja, die Credits könnte ich jetzt fast schon wieder am besten gebrauchen dann. Obwohl da hinten noch 300 rumliegen. Noch ein Wissenschaftler, ganz ehrlich. Nee. Leichte... Leichte Schwierigkeit sein. Und ein Ranger. Ach, Mann. Ich brauch eigentlich nicht noch einen Ranger. Obwohl, der könnte dann theoretisch auf die verdeckten Einsätze auch notfalls gehen. Und das ist eine leichte Mission. Widerstandskontakt. Verdeckte Zivilisten in diesem Kampfgebiet können kontaktiert werden, um wertvolle Belohnungen zu erhalten. Haben wir hier nicht. Schattentrupp. Aber das ist auch nicht schlecht immer, ne? Aber ich brauch eigentlich keinen weiteren Wissenschaftler. Eine Ladung der Tarnfähigkeit. Ich schütze das Gerät. Und das hier ist... Erlange den Gegenstand vom Widerstandsversteck. Wertvolle Belohnung. Ja, komm. Wir machen das. Wir gehen hier hin. Ich hoffe, dass wir da jetzt die richtige Entscheidung treffen. Wir bekommen den Ranger, den ich eigentlich nicht so wirklich brauche. Irgendjemand versucht uns vom Boden aus zu kontaktieren. Aber ich kann ihn nicht offen. Ralten Sie da unten die Augen nach möglichen Kontakten offen. Okay, Steffi ist zurück. Ja, wir haben eigentlich... Die beiden sind ein Team. Die beiden sind ein Team. Und wir hätten Steffi dabei. Das würde bedeuten, aber wir hätten keinen Spezi dabei. Man. Okay. Äh. Ich habe nur den neuen Spezi. Oder was? Ne, Kevin ist noch da. Ah, okay. Ich habe gerade überlegt, was mit Phil. Ich würde den Spezialisten gerne mitnehmen, falls wir hacken können. Ich habe mein Dingens ja bisher noch gar nicht benutzt eigentlich, ne. Mein Bonus-Zeug. So, und hier können wir auch wieder sprengen eigentlich. Ausrüstungsgegenstände frei geben. Ähm. Du bekommst einfach mal das Medikit. So. Funky. Auf jeden Fall Granaten behalten. Was haben wir? Die beiden haben... Blendgranaten. Ach, schlecht sind die nicht, ne. Aber ich glaube, ich gebe Lisa mal wenigstens noch eine Granate mit. So. Ah, Sekunde. Ich kann doch noch. Haha. 100 Vorräte. So, die Magnetkanone wäre für die Grenadiere. Ich habe zwei Ranger dabei. Das würde bedeuten... Eigentlich ist das hier am sinnvollsten. 50 Vorräte, 5 Alien-Legierungen. So, wir können uns noch was gönnen. Wir haben einen Sniper dabei. Und wir haben natürlich auch einen Grenadier dabei. Kostet beides 100 und 10. Und unschuld ist er eigentlich eher auf Pistole jetzt aus. Obwohl er in dieser Mission wahrscheinlich eher nicht... Machen wir so. Ist unser Sniper nochmal ein bisschen stärker. Funky hat ja notfalls noch seine Granaten, mit denen er ordentlich Wumms hat. Okay, haben sie jetzt schon die neuen... Späterkanone. Späterkanone. Ja, haben sie. Sieht gut aus eigentlich, oder? Ich denke, wir können den Einsatz starten. Okay, mal schauen. Leichter Einsatz. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was an Beförderung rausholen. Ich brauche noch immer... ...irgendwann mal... ...jemanden, dass ich den Trupp noch weiter vergrößern kann. Das dauert aber noch. Einsatz starten. Puh, okay, ich bin gespannt auf den Einsatz. Mal schauen, wie die Map so ist. Mal schauen, was wir machen müssen. Ich habe es vergessen schon wieder. Ah, Gegenstand. ...die wichtigen Daten über ihren letzten Einsatz vom lokalen Widerstand gestohlen. Leider konnten die Aliens es schnell zurückerobern und dabei alle töten, die sie vorfangen. Diese Chance, ihr Projekt zu stören, dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Neutralisieren Sie alle Feinde, sichern Sie das Gebiet und bergen Sie die Daten. Okay, wird gemacht. Ja, wir starten die Mission. Wir sollen eigentlich nur dieses Dingens da rausholen und alle Leute killen. Sollte eine machbare Mission sein. Sollte klargehen. Das Schwert können wir doch auch noch verbessern irgendwann, ne? Manus 1.5, wir hatten das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Kommander, ich empfange sehr schwache Signale. Irgendjemand versucht, uns vom Boden aus zu kontaktieren, aber ich kann Ihnen nicht orten. Ralten Sie da unten die Augen nach möglichen Kontakten offen. Okay. Okay, wir haben hier also noch eine Bonus-Mission quasi. Irgendwo sollen noch Leute sein. Mann, ne? Ich würde gerne natürlich da oben rauf. Es ist, also in sieben Runden dorthin zu kommen, sollte im Rahmen unserer Möglichkeiten liegen. Kommt keiner da vorne ran? Was mit dir? Ne, auch nicht. Er wird wahrscheinlich schon am weitesten rennen können. Oh Gott. Ich will, ich möchte jetzt auch nicht mega vorpreschen, ne? Kevin geht mal hier hin. Da sind Zivilisten. Da drüben auch. Okay. Ems versteckt sich mal. Dort. Dann kann sie die nächste Runde da hochgehen und schauen, was da so los ist. Oh, wieso war das so rot alles gerade? So, Lisa ist ja auch schön schnell, ne? Lisa, rennt mal dorthin. Ich bin unterwegs. Vor allem Lisa ist unser Phantom. Die macht extra Schaden, wenn sie aus der Deckung schießt. Ähm, Unschuld. Geht hier hin. Wird erledigt. Obwohl sie ist ja der... Ach, Mensch. Unschuld ist doch unser Sniper. Hätte ich auch da oben drauf lassen können, eigentlich. Okay, Kevin geht dort hin. Und Funky... Funky soll ja zumindest irgendwo in Deckung gehen. Hier? Jetzt ist eigentlich das Ems schon ein bisschen weit hinten, finde ich. Funky geht mal dorthin. Bin unterwegs. Okay, wir sind sehr weit gerannt. So. Ems geht mal zuerst hoch. Hier waren Zivilisten. Rücke zur Zielkoordinaten vor. Ich sehe den Feind. Oh, okay. Die erste Robo-Einheit. Äh, Funky, komm mal her. In schwere Deckung gehen. Ja, Funky könnte mit der Granate dafür sorgen, dass wir da vielleicht einen Vorteil drauf kriegen. So, Lisa bleibt ja weiterhin verdeckt, oder? Sieht sie hier jemanden? Nö. Dann dürfen die sie ja auch nicht sehen, ne? Sieht sie hier jemanden? Nö. Dadurch, dass das dort ist, wahrscheinlich. Okay. Dann kann sie aber schön nah ran. Ist halt der Vorteil. So, ja, Unschuld, ne? Hierhin, damit wir nachher nach hier... Obwohl... Sie hat eigentlich gar keine Sicht dann. Und hier wäre sie flankiert dann. Vielleicht soll ich mich auf die Truppsicht verlassen. Von hier wird sie sogar jemanden sehen. Oh, warte, warte, warte. Ist das der Typ, den wir... Den Typen müssen wir kontaktieren scheinbar. Dann könnte Unschuld das übernehmen. Bin schon unterwegs. Kämpfen wir da oben quasi nur mit... Okay, geh mal da hin. Der sieht niemanden. Kevin! Geht hier ran, oder wat? Schon unterwegs. Okay, dürfte nicht aufdecken. Schwere Deckung, ne? Schwere Deckung ist schon wichtig. Okay. Ems geht hier hin. Oh, die gehen raus. Könnten Lisa entdecken. Haben sie nicht. Ja, wie geil ist das denn? 50% Crit-Chance. 10% Ja, ob wir überhaupt eine Granate hier verschwenden müssen. Obwohl... Weit ist das ja auch nicht mehr. Warte mal. Ich fang mal hier mit Unschuld an. Mach mal hier diese Bonus-Mission quasi. Sie geht mal da hin. 37 Vorräte. Cool. Oh, und hier könnte man noch hacken. Kevin könnte hacken. Okay, warte, warte, warte. Äh... Unschuld. Komm mal wieder zurück. Zumindest hier in die schwere Deckung. Bin unterwegs. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas passiert. So, okay. Ähm... Ich überlege, Granate reinzuballern. Die anderen auf, äh... Auf Dingens zu gehen. Auf Feuerschutz. Keine Gebiet. Feuerschutz. Also Kevin kann Kevin... Irgendwohin... Ohne... Sie aufzuschrecken. Hier. Könnte er sogar noch auf Feuerschutz gehen. Okay. Machen wir. Bin unterwegs. Ich denke, dass wir die down kriegen sollten. Bestätigt. Überbau. So, ein Funky. Ballert mit der Granate rein. Köpfe runter. Sollte klar gehen. Dann rennen die... Wie die aufgescheuchten Hühner los und bekommen noch ordentlich Damage. Sie haben uns gefunden. Jetzt müssen wir nur noch alle treffen. Eine extrem gut ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Ja. Einer down. Und die anderen beiden schießen auf ihn, bitte. Ja. Geil. Geil, geil, geil. Der Trupp ist down. Was für dich? Unter dem, der explodiert. Ist aber nicht schlimm. Okay. Das bedeutet, Lisa ist noch weiterhin verdeckt. Sie ist unser Phantom. Wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen. Position bestätigt. Hätte ich sie gar nicht auf Dingens schicken müssen. Schade, dass ich hier nicht mit einem Zug hinkomme. Okay. Erstmal hier ran. Vielleicht kann uns schon dann schon runterschauen. Ja, sieht sie aber nichts. Ich warte mal. Ich hole die anderen erstmal. Kevin könnte hier direkt ranrennen. Bin gleich da. Okay. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, das zu deaktivieren. Ob es überhaupt dauert. Da gehe ich jetzt übers Dach oder nicht? Da habe ich ein bisschen Angst, dass ich irgendwas aufdecke oder so. Ich gehe lieber in Deckung. Will hier nicht aufs Maul bekommen, ey. So. Und Funky? Ich glaube nicht, dass er hier was aufdecken wird. Glauben heißt nicht wissen, ne? Ich gehe mit ihm mal lieber hier hin. Ich hätte natürlich auch erst ein Stückchen gehen, können. So, warte mal. Unschuld darf da auch noch, ne? Shit. Das war jetzt, das war kacke. Lisa kann nur noch eine Granate werfen. Oder jemandem eine Aktion geben. Wem nochmal? Sie könnte Funky noch eine Aktion geben. Könnte Funky eine Granate da runterballern. Schon wieder eine Granate. Der Feind sollte Angst vor uns haben. Sollte er auf jeden Fall, ja. Okay, Granate. Trifft beide. Die Deckung von dem einen geht leider nicht kaputt. Ah, generell, ne? Die sind beide nicht down. Aber falls man auf Unschuld schießt, darf sie zurückschießen. Ah, er, doch. Was macht er? Irgend so einen Quatsch macht er schon wieder. Betäuben oder sowas? Ja. Ach, Mann. Kommt er in den Nahkampf zu Kevin? Das wäre ärgerlich. Aua. Die Dinger tun weh. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Manus 1, 5. Die Uhr tickt. Die Sprengladung wird nicht warten. Ja, schaffen wir. Wert gemacht, Sir. Schaffen wir, Leute. Okay. Aber wir machen an der Stelle erstmal einen Cut für heute. Ich würde sagen, die Mission machen wir beim nächsten Mal fertig. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es eben so ist. Ich würde mich hier mal freuen, wenn ihr Kommentare und eine Bewertung da lasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hau dir rein. Ciao, ciao.